Rohlinge aus Glas sind das Ausgangsprodukt unserer Leuchtmittel. Erfahrene Glasbläser bringen die Rohlinge hier in die unverwechselbare Form unserer Floatings. Die produktionsbedingt entstandenen Glasrohre werden wieder abgetrennt. Es entsteht der für die Floatings typische Rand, in welchem später das Filament Platz findet. Das Gewinde wird angeschmolzen und bereitet somit den optimalen Halt der Fassung vor. Musik Unser patentiertes Softfilament wird verdrahtet und in den Glaskolben eingefügt. Musik Die Vorschaltelektronik und der Treiber werden vorbereitet und im Sockel des Leuchtmittels verbaut. Musik Sorgfältig werden verschiedene Funktionen wie zum Beispiel Leuchtkraft und Dimmbarkeit geprüft. Musik Musik Mögliche Produktionsrückstände werden entfernt. Musik Die Produktinformationen werden aufgestempelt. Musik Unsere Leuchtmittel sind nun fertig und werden sorgfältig einzeln verpackt. Musik Auf Paletten verpackt gehen unsere Leuchtmittel auf die Reise und erreichen schließlich auch ihr Zuhause. Dort präsentieren sie sich als wunderschöne Lichtinstallation und sorgen für eine besondere Stimmung. Lernen auch sie unsere Floatings kennen. Wunderschöne Unikate, welche traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technik vereinen. Besuchen Sie uns im Shop. Musik 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 Vielen Dank.